So, wir sind jetzt im Mall von Berlin. Mall of Berlin, ne? Ja, und jetzt gucken wir uns... Was willst du dir an? Oh, Gesundheit. Was willst du dir angucken? Im Playmobil. Im Playmobil-Laden, ne? Da ist nämlich ein riesengroßer Playmobil-Laden. So, jetzt sind wir also in der Mall of Berlin. Und was habt ihr schon gefunden? Ja, das ist Playmobil. Das ist aber schon gut. Wie gut die beiden sind, ne? Weil sie das angestrengt haben. Oh Gott, hier. Ja. Guck mal, wie den Kopf abreißen hier. Das ist für Landeier wie uns, da dauert das immer ein bisschen. Landeier? Aber... Ja. Wer hat's denn gefunden? Wer hat hier den Plan? Aber... Wir kommen ja nicht aus einer Großstadt wie Berlin. Aber wir haben's ja jetzt gefunden. Und gleich werden die beiden wahrscheinlich ausflippen, wenn sie dann sehen, was es da so an Playmobil-Sachen gibt. Das könnt ihr euch jetzt mal angucken. Das ist doch... Ja. 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 ghouck-en Gespräch in meiner Bonn! Ja. Ja. Da legt eine wirklich aus. Verüph-en. Die bla centrali- So, jetzt sind wir nach Ewigkeiten raus aus dem Playmobil Zoo. Und, was hast du dir ausgesucht? Ein Porsche und Figuren, ne? So, jetzt haben wir die zwei Sachen. Liebe Leute, ihr habt es gesehen, wir haben unser Playmobil Abenteuer, möchte ich es nennen. Unser Playmobil Abenteuer beendet. Wir sind jetzt, wir waren so lange unterwegs und so lange in dem Playmobil Zoo, weil die beiden sich ja gar nicht entscheiden konnten. Die selbst gebastelten Figuren, die sind jetzt gerade noch nicht dabei. Aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da fällt schon runter. Aber die Sachen, das zeigen wir euch natürlich noch in anderen Videos, die Unboxings. Leon ist ganz fasziniert von seinem Porsche. Der ist auch ganz neu, dieser Porsche. Der GT3 Cup, 911er GT3 Cup, der ist ganz neu. Aber Papa, Papa, das ist auch neu. Ja, Papa, das können wir doch auspacken, weil das ist doch nicht so viel. Achso, das zeigen wir den Kindern dann im anderen Video. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal eine kleine Pause hier im Hotel machen und dann gehen wir gleich weiter. Wir sind nämlich schon so lange unterwegs. Ja, in dem Sinne, viel Spaß. Freut euch auf den Porsche GT3 Cup und Lullos Pferdeanhänger. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Ach, deine Tierklinik natürlich im Koffer. Im tragbaren Koffer, die sie immer mitnehmen kann. Auch das seht ihr natürlich noch in einem anderen Video. In dem Sinne, zu lassen. Tschüss. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auf alle Seiten. Tschüss.